Man kann damit auch einen Ball machen und wird dann immer größer. Automatisch. Und dann kann man das richtig nehmen und wecktun. Okay. Jetzt nehmen Sie die Maske ab und hören Sie auch mit dem Scheiß, ja? Abnehmen! Und jetzt? Jetzt dürften Sie sich entkleiden? Ja. Ich würde gerne jetzt noch mal auf den Augen legen. Ich denke, ihr seid bei den Gästen. Habt ihr jetzt Pause oder wie ist das? Ihr seid hier, um Leistung zu bringen. Einer hat noch Probezeit. Ich glaube, du, Jugendfreund. Und in der Probezeit, dann macht man nicht mal einen Ausfallschritt, dass man ja nicht auffällig wird. Weder positiv noch negativ. Benutzt eure Stimme? Ja? Ja. Der Fuchs schläft nicht. Er schlummert nur. Da wisst ihr Bescheid beim nächsten Mal. Egal in welches Loch ihr euch verkriecht. Ich finde euch. Das war's. 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 Vielen Dank.